Musik Unsere Stadt soll bunt statt grau sein. Wir stehen für den Erhalt der Artenvielfalt, damit sich hier nicht nur Menschen, sondern auch Schmetterlinge, Biber und Co. wohlfühlen. Und Artenvielfalt fängt vor der Haustür an. Und aus diesem Grunde stehen wir für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt zum Wohle aller. Grün bedeutet für mich, wenig bis gar keine fossilen Brennstoffe mehr zu nutzen, sondern noch mehr auf Windkraft, Energie und Solaranlagen zu setzen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass in Pattensund auf den öffentlichen Gebäuden noch mehr PV-Anlagen gebaut werden. Klimawandel stoppen fängt mit dir an. Auch du kannst was tun. Fang mit kleinen Schritten an. Wir sind für gesunde und nachhaltige Ernährung. Regional und ökologisch produzierte Lebensmittel sind nicht nur klima- und umweltschonend. Nein, vielmehr werden sie auch von immer mehr Mitbürgerinnen und Mitbürgern nachgefragt, die auch bereit sind, mehr Geld dafür zu bezahlen. Das unterstützen wir. Dafür setzen wir uns ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020